Und ich hoffe, dass ich auch die Vorbereitung irgendwo im Ostland trainiere. In Thailand oder so. In Deutschland möchte ich bleiben. Januar, Mitsubishi, alle. Also als Rechtsanwaltjäger hast du halt den Vorteil, dass vieles nicht gewohnt sind. Wie oft sind ein Mensch durchschnittlich im Jahr? Einfach eine Zahl. Scheiß. Guten Morgen! Allerzeit. Was? Letzte Woche ruf mich. Apfel. Hör mal zu. Ruf mich an. Sag ich. Wer ist das? Sag der. Ja, hallo? Sag der. Hallo. 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 Guck mal, ich such hier so eine Messebau. Ist hier nebenan. Nebenan ist es an. Ja, da. Ich sag, ja hallo? Sag der. Ja, wer ist da? Sag ich so, wie, wer ist da? Sag der. Ja, wer ist denn da? Sag ich so, bist du behindert? Sag ich. Du rufst mich an und fragst, wer da ist. Und dann? Weißt du noch? Guck mal bitte, hör mal zu. Die machen das bei uns. Nein, nicht du. Da waren noch... Ja, aber der hat sich bei uns zuerst mal gemacht. Nicht mit uns. Ich würde zweimal angehen. Ja, aber ich meine... Ja, aber bei uns, das erste Mal bei uns gemacht. Ich hab's ja direkt gecheckt. Er war immer noch verwirrt. Meinte zu mir, was rufst du mich an deine Hübe an? Wir kennen ja unsere Stimmen. Ich schlafe direkt bei Meister Baby. Wir werden gerade verarscht. Und der checkt gar nicht, was ich meine. Jo Freunde, was geht ab? Und zwar für alle, die sich vor dem Training schlapp fühlen. Oder dass ich gerade denken, ich hab noch nichts gegessen, ich muss auch essen. Aber beim Training krieg ich Bauchschmerzen. Das perfekte Produkt von Perform Plus. Das gibt euch Kraft, Power, Transplantation im Training und übelst nicht dafür nicht essen. Das ist quasi wie so ein Booster für Kampfsportler. Für die Kraft und für die Ausdauer. Der Quote 0 hat auf 10 und gibt euch allen 10% Rabatt. Also Leute, Schlag zu. Perform Plus vom DD. Das Schwedische wurde wieder denselben Hunger zu haben. Ich hab jetzt auch gemerkt, ich hab ja echt oft hintereinander gekattet und gekämpft und so. Ich hab danach einfach wirklich Pause gebaut. Du musst einfach mal abschalten, was anderes machen und dann wieder Feuer zu fangen und zurückzukommen. Absolut. Und kennst du manchmal, vor allem wenn du Gewicht machst und du hast sehr oft Gewicht. Oder du bist auch hart. Bestimmt. Zehner zu cutten ist kein Spaß. Egal wie gut man ist, egal wie lange man das macht. Ab gewissen Alter geht das voll auf Substanz. Weißt du was ich meine? Oh, schön. Schön mich ab. Schön mich ab. Ach, jetzt hab ich ab. Aber später gute Dinge. Oder wie gesagt, ich hoffe, dass wenn alles gut funktioniert, dass ich jetzt noch Kampfen kann wieder. Wenn nicht am Anfang irgendwann, nächstes Jahr, April, Mai, wenn es ein bisschen wärmer wird. Und ich hoffe, dass ich auch die Vorbereitung irgendwo in den Ausland trainiere. In Thailand raus. Im Winter nicht wieder in Deutschland. In Deutschland möchte ich jetzt bleiben. Ja, das verstehe ich. Ja. Ja, es sollte ja im Oktober kommen. Das macht gar keinen Sinn. Wir werden dann im Dezember und im Januar. Im Dezember sind die da in Hessen. Im Januar wäre es halt in Mitsubishi Arena. Da ist geil. Auf jeden Fall. Das ist geil. Ich denke, wir beide werden dort aufkämpfen lassen. Ja, das ist richtig cool. 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 Ich fühle mich so cool damit. Ab und zu mal die Auslage zu wechseln im Sparring oder im Freight. Das geht. Aber so fühle ich mich einfach wohler. Keine Ahnung. Ist einfach so. Ja, ja. Gibt es da eigentlich irgendwelche Vorder-Nachteile so allgemein? Als Rechtsausleger hast du halt den Vorteil, dass viele es nicht gewohnt sind. Weil oft ist es halt so, dass die Sparingspartner eben Linksausleger sind. Und das heißt, sie können nicht viel mit Rechtsauslegern trainieren. Und wenn er dann gegen einen Rechtsausleger kämpft, ist es halt anders. Also für mich ist es nicht anders, weil ich ja immer gegen Linksausleger kämpfe. Für mich ist es sogar irgendwie komisch, wenn ich gegen einen Rechtsausleger kämpfe, weil ich das nicht gewohnt bin. Aber für die, die nur Linksauslage kämpfen, ist halt sehr schwierig, weil die es nicht gewohnt sind. Kennst du früher, wo man so jünger war, hatte man beim Sparring so ein komisches Gefühl, wenn du irgendwo neue Stimmen reingemacht hast? Bruder, das habe ich jedes Mal, wenn ich nur ein Brudergerät sehe. Aber ich muss sagen, ich glaube, ich habe es mein Leben lang falsch gemacht. Ich habe auch mit einem Trainer auch schon mal gemacht. Ich habe es gar nicht so krass gemerkt. Okay. Aber Laufbahn ist für mich das Recht. Wenn wir Rudern auch nicht so? Wenn wir Rudern erst mal, was ich dir sage, dann wirst du sagen. Was du gesagt hast, 16 Minuten lang. Oder aber Laufbahn auch mit Steigung. Er hat mir geschrieben auf einer Instagram Story von mir. Ich habe mit Steigung sechs Sprints gemacht und viermal 100 Meter Sprints. Also viermal 1 Minute an Durchsprinten. Bergaufwärts Sprints. Er schreibt mir so, ja, wie machst du die, Bruder? Wie lange? Ich so, 20 Sekunden maximal und 30 Sekunden Pause. Pro Sprint 20 Sekunden nach oben. Mit 14 Prozent Steigerung und Höchstgeschwindigkeit. Auf einmal. Er schreibt mir so, ja, ich schlau auch. Machst du nicht, Bruder? Auf höchste Geschwindigkeit 24 oder 30 km. Und zwei Minuten an Durchsprinten. Bist du verrückt, Bruder? Wenn ich das machen würde, würde ich sterben. Wir sind aber alle, muss ich sagen, keine Leute. Ich bin auch kein Lauf. Wo bist du denn Landstreckenläufer? Also Landstrecken hasse ich. Also wenn, dann nur so kurz. Zwei, drei Minuten. Ich mache die kurz auch nur, weil sie kurz sind. Das ist Dula Tops. Tank Tops. Ich kriege Prozente, habe ich gehört. Ne, die sind geil. Also ich freue mich gerade tatsächlich, dass ich das bekommen habe. Weil mir war so heiß mit dem Shirt. So. Und jetzt mit dem Tanktop. Are you ready? Of course. Ich bin mal gespannt. Ich habe einfach mal mit Michael Sparing gemacht. Ich kenne das ja schon. Wir haben ja schon gute Rund zusammen gehabt. Was heute auch rein klatsches. Beim letzten Mal haben wir da Kickboxen gemacht? Oder was war das? Ich glaube, wir haben das letzte Mal auch tatsächlich nur geboxt. Ach okay, krass. Ja, siehste. Aber man muss dazu sagen, das letzte Mal war ich auch extrem fit, als ich mich geboxt habe. Da haben die Schläge auch sehr, sehr weh getan. Da erinnere ich mich auch gut dran. Der war auf jeden Fall hart, ja. Ich habe auch eine Runde... Ach ja, wir haben auch MMA gemacht. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ja. Richtig, richtig. Da hast du mich, glaube ich, eine Minute in der Zeitkontrolle gehalten. Ich habe mich so angekotzt. Ich bin nicht rausgekommen, damit ich irgendwo rausgekommen habe. Und da habe ich dich noch getagert. Ja, ja, ich weiß noch. Das war geil. Das war eine geile Runde. Ich erinnere mich noch. Der Islam hat gar keine Ahnung von irgendwas. Der ist der Schwächste aus der ganzen Doolatov-Familie. Merkt euch das. Der hat recht. Der kleine Torpy haut den auch weg. Merkt euch das. Oh, ey Jungs, schau, schau, schau. Jungs, ich habe die Hüse da rausgekommen, man. Guck mal, dein Auge. Der ist am Kerl nicht fair kämpfen, oder? Der ist immer schon. Der wird auf dem Boden. Der hat den Fanker. Der wäre auch schwer. Das war so unverschämt. Das war sogar bei Kicks. Bei Kicks, weiß ich nicht, natürlich kann man immer lernen. Aber Kicks ist halt so, ich bin damit geboren. Wenn mir einer sagt so, hey, du gehst mir zu viel Rückenlage und riechst zu wenig der Hüfte ein. Das ist so nett gemeint vielleicht, aber wenn du 15 Jahre alt hätte man so gemacht, das weißt du das halt eigentlich. Ja, klar. Wie weit schwimmst du? Hast du das schon gesagt? Ja, diese Dings würde ich so locker rüberschwimmen, Bruder. Ja, Bruder. Ich glaube, wie weit das so krank geschümmert sind, Bruder. Vor allem der da hinten, Bruder. Der ist im Meer, Bruder. Der ist im Mittelpunkt. Der ist runtergeschwommen, getaucht. Weißt du, wie tief der ist? Der hat sehr hochgetaucht. Ich sag's dir, das ist kein Spaß. Der ist unermal gut, Bruder. Weißt du, was er gemacht hat? Sein Armband, ne? Das kostet richtig viel, ne? Ja. Der wirft das in der Schweiz sowas wie in den Rhein, Bruder. Der wirft das rein, sagt, okay, schuldert mich wieder raus. Der taucht, 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 kommt wieder hoch. Ey, ich find das nicht. Ich find das nicht. Was sagt der Reinko? Sein Gold, da waren 4000. Ach. Der wirft hier dann rein, Bruder. Und er hätte 50 Euro bekommen, hätte das raus. Der sucht, ey, ich brauche Taucherbrille, ich brauche eine Taucherbrille und so, sagt der. Der taucht wieder, der kommt nach 15 Minuten, ist der Unterwasser, ne? Kommt der so. Du schaffst. Du schaffst. Du hast 21? Ja. Zweimal 21, du? Ich weiß ja irgendwas anderes. Gula-Tene, Polo, Tomaten und Sahne. Du weißt denn, Schaf, Tomaten und Garnier. Hähnchen und Schrimmst, Garnier. Mach einfach so. Vielen Dank, Alter. Das ist ein bisschen gesünder, ne? Alles Quatsch mit Sauce hier. Super Essen von ihm. Super Essen von ihm, super Essen. Was? Der hat ja beim Bringen uns auch gepikst, der ist an dem. 1x1. Ja, nicht ich dem. Sei mal ruhig. Er hat mich auseinandergenommen. Ich sag's so. Islam Bulatov hat mich so auseinandergenommen heute. Nein, war das nicht schon. Der ist da reingelaufen. Der ist da reingelaufen. Ich hab den reingepikst, der ist da reingelaufen. Aber wie läuft man mit der Hand rein? Wie bist du reingelaufen? Zeig mal. Wie soll ich zeigen? Oder ich wollte ihn direkt auf Take-Down nehmen. Da bin ich einfach in seiner Hand oder so. Halt du nicht so, dass du sagst, wie weit ist. Weil du immer die Leute anguckst und dir erzwingst das jetzt. Ja, man ist so. Ja, genau so hast du gemacht. Fakt. Und, weißt du, warum ich das noch mehr gelaufen hab? Weil das immer, wenn der mit einem Bodenkrampf machte... Der macht immer so. Warte. Nein, so macht er bei dir. So macht er bei dir. Bei mir hat er geschlagen mit dieser Hand. Er hat geschlagen, gezogen, Nase rein, überall so. Und dann tut er das. Ich hatte blaue Flecken überall im Gesicht. Meinst du, ich hab dich geschlagen? Aber eine Sache muss ich sagen, ich hab von Islam gelernt, den Mund zu halten. Okay, guten Appetit. Bon Appetit, Freunde. Bon Appetit. Wir müssen noch auf einen warten. Damit andere Sache. Warum lässt du Garnelen-Legend? Ich brauch zu stark ein. Das war ein gewisses Fehler, Bruder. Warum? Der hat mich gezwungen, die nicht zu essen. Warum? Du brauchst Eiweiß. Der hat irgendwas... Ah nein, du hast ja jetzt Eiweiß von... Wir essen keinen Garnelen, Junge. Der wollte auch zu stark werden wie der Tag. Und so ein Bieter haben? Ja, das wollen wir. Eben einen Witz gemacht darüber, weil ich einem Video gesagt habe. Guck mal, Bruder. Ich hab nicht nachgedacht. Ich hab nicht nachgedacht. Okay, okay, können wir kurz erwähnen, dass er gesagt hat, dass das schwerste neugeborene Baby in Deutschland 20kg rum ist? Das ist trotzdem krass. Das sag ich. Ich sag, das ist trotzdem krass. Auf jeden Fall. Wie viel Liter trinkt ein Deutscher an Bier im Durchschnitt pro Jahr? Was denkst du? Tausend. Tausend. Ja, tausend ist auch schon sehr viel. Wenn man das mal... David hat 10.000 gesagt. Wie 10 sind Deutsche? 100 Liter. So wenig. Das ist aber echt wenig. Das ist ja auch beim Schnitt. Es gibt ja auch Leute, die trinken keine. Ach so. Das ist trotzdem eine kleine Flasche Bier am Tag. Und das ist trotzdem schon. Im Schnitt macht natürlich einen Unterschied. Wenn wir jetzt aber einen deutschen Biertrinker nehmen, dann können es schon tausend lassen. Man muss dazu eine Sache sagen, ich hab einfach gar nicht nachgedacht. Ich hab wirklich nicht nachgedacht, Leute. Nils, wie viel wäre das am Tag, wenn das... Das wären 30 Liter. Michael, bitte. Bitte keiner soll dazwischenreden. Keiner soll dazwischenreden. Wie oft ist ein Mensch durchschnittlich im Jahr? Einfach eine Zahl. Ach du Scheiße. Keine Ahnung. Ich krieg gar keinen Tipps. 200 Millionen. Okay. Die Antwort ist 84 Millionen. Ist sogar gut. Ist sogar gut. Du meinte 90.000 Mal im Jahr. Ich hab 84.000, glaub ich, gesagt. Plus du meintest... 48.000, noch weniger. Ich hab noch weniger gesagt. Ich hab am wenigsten. Nein, bist du krank? Du hast am wenigsten gehabt. Du hast 200.000 gehabt. 250.000. Am besten warst du mit den Pottfällen mit den Elchen, Brüder. 30 Liter am Tag. Das war schön, ich hab noch zu sehen. Bist du mal schöner zu sehen. Was schön dabei auch drin? Ich hoffe nicht, Brüder. Du hast ihr wohl, wie ist der Rost. Okay.